Alles super an den Aktienmärkten. Zumindest mal der DAX, der hält sich im Moment gerade super, nämlich genauso, wie man sich das idealerweise vorstellt. Das ist natürlich leider nicht immer so, aber nochmal kurz zur Erinnerung und als Augentraining, damit sich das möglichst einbrennt in unser Netzhaut. Wir haben fünfwellige Bewegungen nach oben, wir haben anschließend was Wackeliges nach unten und die Erwartungshaltung, das ist ähnlich wie hier vorne, fünfwellig eben nochmal passiert. Und so ziemlich genau das haben wir beim Index jetzt aktuell gesehen und auch der hintere Teil ist sogar fünfwellig, zumindest mal scheint das im Moment eher so der Fall zu sein. Insofern super, es ist doch genau so, dass sich die Schrift erfüllt. Leider ist es natürlich nicht immer so, wer jetzt vor Begeisterung auf die Schenkel klopft und sagt, Mensch wie klasse, das haben wir hier im Kleinen mit der Wackelei und der Fortsetzung hier, das haben wir hier im Großen mit der Wackelei und der Fortsetzung, das haben wir im Ganz Großen immer wieder. Das ist also immer so, nee, immer ist es leider nicht so, aber die Chancen sind dann relativ hoch, denn diese Wackelei ist eben klassisch korrektiv und anschließend setzt sich diese erste Bewegung, das war ja ein echtes Tief, wir haben ja mal darüber gesprochen, eben gerne fort. So, wer jetzt vor Begeisterung schon schwitzige Hände bekommt und sagt, Mensch klasse, jetzt geht es ja doch weiter nach oben, jetzt geht es erstmal auf 16.000, danach kommt die 17.000 und wer träumt nicht schon von der 20.000, der kann durchaus nochmal enttäuscht werden. Warum das denn? Sieht doch gut aus, was willst du denn? Ja, das ist völlig richtig, aber wir haben folgende Situation, wir haben eben dieses 1 zu 1 Verhältnis aktuell gesehen, also das, was hier vorne ist, ist das, was wir hier hinten haben und damit haben wir eine typische, nicht zwingende, aber eine typische Voraussetzung, das ist halt eine A, B, C, die witzigerweise auch noch ziemlich ähnlich groß ist, wie diese Geschichte, die wir hier haben, da sieht man diese Struktur nicht gut, das muss man auch dazu sagen, aber ihr seht das Ausmaß, das heißt wir haben hier ein wenig jetzt die, ja, doofe Situation, dass diese Marken hier zu einem Cluster sich sozusagen zusammenführen lassen, ich kann das mal ganz grob andeuten, ich will hier nicht so sehr ins Detail gehen, das würde zu lange dauern, aber wenn wir mal gucken, diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, Entschuldigung, Aufwärtsbewegung, also Gegenbewegung in der Abwärtsbewegung, die geht eben bis zur 100% Marke hier, das ist ja nicht untypisch, also das wäre eben schon fast erreicht, dann machen wir nochmal diese 1 zu 1 Projektion, also das, was wir hier vorne hatten, dann hier hinten nochmal auch diese hier und da seht ihr, da tummeln sich schon ein paar Marken und wir haben noch diese gesamte Abwärtsbewegung von oben nach unten und dann sehen wir, naja, die Marke brauchen wir nicht mehr, da sind wir durch, die hatte hier schon mal kurzzeitig gehalten, aber wir sehen vielleicht nicht ein super enges Cluster beim Index, aber wir sehen immerhin mehrere Marken, das ist kein Beweis, dass die Aufwärtsbewegung zu Ende ist, aber es sind Hinweise immerhin da, wenn der Markt doch nochmal irgendwann schwach wird, dann ganz gerne irgendwo wohl hier und damit dann diese ABC-Korrektur dann zu Ende zu führen, um anschließend nochmal weiter nach unten zu gehen. Passt das wirklich? Boah, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich diesen Chart angucke, und zwar warum? Weil wir doch hier eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Allerdings habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel, was die Aufwärtsbewegung angeht, denn das wäre optimal, wenn der amerikanische Markt mitziehen würde. Und jetzt wechseln wir mal ganz schnell auf den US-Markt, zum Beispiel auf den Dow Jones. Wieso? Das zieht doch mit, sieht doch klasse aus. Richtig, dieses Teilstück, was ich hier sehe, gefällt mir ausgesprochen gut und ihr könnt euch ausmalen, wenn wir hier was Wackeliges runterkriegen, so ähnlich wie beim DAX, hier vielleicht im 15-Minuten-Chart, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir nochmal weiter nach oben kommen. Dagegen spricht auch ehrlich gesagt überhaupt nichts. Wir können das hier im 4-Stunden-Chart mal andeuten, also sprich nochmal wackelig runter, anschließend das, was wir hier haben, nochmal nach oben. Da spricht nichts dagegen. Im Gegenteil, das ist sogar recht typisch. Nur das Problem ist, dass wir diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, die sieht ja nun auch ziemlich überschaubar impulsiv aus, mit den Rücksetzern, die so tief immer wieder ineinander greifen, das hat schon fast was Korrektives. Und ich bin mir da noch nicht sicher, dass das wirklich der neue Bullenmarkt ist, zumal wir ein bisschen zumindest mal diese Zielmarke hier bei 33.000 noch offen haben. Wie gesagt, kein Versprechen, aber es ist absolut realistisch. Ja, das ist wieder das typisch Schwammige, keine klare Aussage. Naja gut, wenn wir ehrlich sind, wir wissen alle nicht, was passiert. Ich weiß allerdings als Händler, was passieren muss, damit ich Geld in den Markt reinnehme oder rausnehme. Reinnehmen auf der Long-Seite beim Dow Jones würde ich definitiv, wenn wir heute vielleicht im Laufe des Nachmittags oder des Tages etwas Wackeliges runterbekommen oder alternativ, wenn es halt nicht wackeln soll, A, B, C. Dann wäre das hier mein Long-Einstieg. Das ist genau analog die Idee, die es hier beim DAX im Prinzip gab. Wir haben an mehreren Stellen immer mal wieder drüber gesprochen. Vereinfacht jetzt mal gesprochen diese Geschichte. Das gleiche hier natürlich im kleinen Bild hier, da hat es ein bisschen mehrmals gewackelt, das als mögliche Einstiegspunkte eben zu wählen für nach oben. Nicht jeder läuft davon immer gleich, aber das sind gute Ideen, um an diesen Stellen gegebenenfalls Long-Entries zu suchen, um eben diese Erwartungserhaltung zu erfüllen. Also dieses Bild ist ja Vergangenheit, zeigt uns aber, wie es aussehen kann, was wir hier vielleicht zu erwarten haben. Das wäre für die Intraday-Händler sicherlich nicht uninteressant, hier die Long-Seite nochmal mitzunehmen, wenn es so deutlich ist. Zumindest mal sind die Chancen dafür sehr groß. Ist das hier undeutlich, wisst ihr es auch nicht. Zum Beispiel, wenn der Markt dann sowas macht. Wir können das nicht ausschließen. Aber wenn er das macht, dann fängt es ja schon an, dass ich, äh, wo soll ich den da jetzt hinlegen? Wo schwigger ich mich jetzt auf der Long-Seite? Da finde ich dann schon kaum was. Habe ich aber etwas, was A, B, C geht beispielsweise, um es einfach zu halten, dann habe ich hier so ein schönes Zwischenniveau, an dem ich dann eben sagen kann, gut, da positioniere ich mich dann entsprechend nochmal Long. Das geht natürlich auf der Short-Seite auch. Machen wir mal historisch hier Schub runter, dann haben wir hier dieses A, B, C, diese Marke, um das, was wir hier vorne haben, nochmal nach unten zu erwarten. Vielleicht sogar mehr. In dem Fall war es ja ein bisschen mehr. Vielleicht auch ein bisschen weniger. So, das heißt, ich bin auf dem kurzen Bild durchaus bullisch gewogen und warte darauf, dass wir schwache Rücksetzer bekommen. Also wenn ihr diese Aufwärtsbewegung vergleicht mit dieser hier, und dabei geht es nicht um die Länge, die wissen wir ja immer nicht. Kann ja sein, dass es noch weiter geht. Aber alleine Ausmaß, alleine die Gegenbewegung, dann sehen wir schon, guck mal, das ist doch was ganz anderes. Ein Indiz ist auch, wenn ihr da einen breiten Trendkanal malen, ihr könnt auch hier einen Trendkanal malen, aber seht ihr, das ist ein dünner Schlauch im Verhältnis zu diesem hier. Also da könnt ihr schon unterscheiden, das ist wohl die stärkere Seite und wenn die zu Ende ist, Stichwort letzte Zwischenhoch, dann eben die Fortsetzung da zu handeln. Es ist ungefähr auf diese Art und Weise mein Einstieg in vielen, vielen, vielen Fällen. Das kann auch zum Beispiel hier sein und wenn es dann wackelig runter geht, dann hier die Fortsetzung nach oben. Also ihr seht, das ist jetzt nicht ein Einzelfall. Es ist leider nicht immer so, manchmal ist es total undeutlich und dann habe ich vielleicht auch, weiß ich nicht so richtig, dann lasse ich den lieber sein. Also bitte habt nicht den Eindruck, dass ich jetzt jede dieser Situationen immer sehe und jede dieser Situationen nutze. Manchmal guckt man gerade mal auf einen anderen Chart und der ist doof und diesen verpasst man dann. Oder man hat dann nicht mehr freies Kapital, weil man überall schon woanders seine Positionen drin hat. Das kann alles passieren. Oder man ist sich unsicher. Ja, dann tradet man halt die nächste Situation. Es ist ja nicht die letzte. Ihr seht ja, dass das nicht selten vorkommt, dieses Verhaltensmuster. Und dementsprechend gibt es da immer, immer, immer wieder viele Gelegenheiten dazu. Also insgesamt im kurzfristigen finde ich den amerikanischen Markt gut auf der Aufwärtsseite. Auch der S&P 500. Dieser Arm schön wackelig runter. Genau das Gleiche, aber eine Stufe größer hier im Vier-Stunden-Chart. Oder Tageschart, wenn man ein bisschen grober guckt hier. Diese Aufwärtsbewegung ist nicht das, was ich mir unter einem klassischen, einen schönen, einen wunderbaren Bullenmarkt, impulsiven Markt vorstelle. Das muss anders aussehen und das kann er hier nicht. Und das ist die Versuchung, weshalb ich sage, ob Amerika wirklich schon will oder ob sie nicht diese Tiefmarken nochmal ausprobieren wollen. Denn offensichtlich ist der ganz große, tapfere Gedanke noch nicht durchgekommen bei den Marktteilnehmern. Und so lange bin ich da latent vorsichtig. Und wenn der eben nicht wirklich den großen Schwung noch hat, müssen wir beim DAX halt aufpassen, ob er nicht irgendwann verhungert. Kein Grund, jetzt Short zu gehen, um Himmels Willen. Überhaupt kein Grund, jetzt Short zu gehen. Denn im Moment ist die Bewegung ja steil nach oben. Aber zumindest nicht so vor lauter Begeisterung. Siehste, kann ja gar nicht schief gehen. Das sind teure Worte an der Börse. Und zwar egal, welchen Markt man anguckt. Vielleicht als Abschied nochmal den Blick auf Nasdaq. Auch hier die Aufwärtsbewegung überschaubar positiv. Also nach oben gehend ja. Aber von der Dynamik, wenn ihr euch anguckt, das hier bis dahin. Fahrt es mit dem Stift nach oder mit dem Finger. Dann seht ihr ganz schön viel Kursüberschneidung für einen Markt, der doch super duper toll dastehen soll. Das ist nicht optimal aus meiner Sicht und dementsprechend noch eher ein Gegentrend. Und wenn das der Gegentrend ist, dann müsste es sich nochmal nach unten fortsetzen. Aber vielleicht nicht mehr arg weit. Denn wir sind ja schon relativ weit gekommen und haben dann vielleicht eine neue Chance, da wieder einzusteigen. Wieder mit dem nächsten Schub, mit der nächsten Wackelei. Für die Kurzfristigen auch hier gibt es ein wackeliges Rücksetzerniveau. Heute im Laufe des Nachmittags kann man da sicherlich nochmal einen Nachtreter für die Longseite mit initiieren. Und wenn man Glück hat, kommt das gar nicht so. Dann bleibt das sogar vielleicht weg. Und der Markt marschiert direkt weiter nach oben. Und dann hat man auf der kleinen Ebene einen Trade initiiert. Und kann man ja mit dem Trailingstop gegebenenfalls laufen lassen. So weit meine Einschätzung zu den Indizes. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterbringt. Konkret jetzt hier mit den Märkten, die ich genannt habe. Ich habe ja so ungefähr aufgezeichnet, wie ich mir das vorstelle. Was meine Erwartungen oder meine Wünsche sind, damit ich mich wieder positionieren kann. Auf meine Positionierung kommt es ja nicht an. Es kommt darauf an, dass ihr damit zufrieden seid. Aber vielleicht das als Anregung, das bei euren Lieblingsmärkten mal so einzuzeichnen. Und dann zu gucken, passiert das tatsächlich so. Will ich da vielleicht sogar mitmischen. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute. Liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.